Hallo und herzlich willkommen zu Bayday 2, yeah! Und diesmal zu dritt! Natürlich wieder mit Micha! Das bin ich! Wooo! Diesmal haben wir einen Plan! Wirklich! Was? Nee! Nicht! Ich erzähl keine Scheiße! Ich hab keinen Plan! Was ist das? Den gleichen Satz hab ich letztes auch schon gebracht. Wir müssen die Drogensachen beschützen irgendwie. So viel weiß ich noch von, äh, von einem anderen Display! Oh ja, ich hab einen anderen Display beschrieben. Wir müssen einbrechen irgendwo. Naja, nicht einbrechen. Wir müssen die Cooksachen beschützen bis zum nächsten... Bis zum nächsten Scheiß. Aber hier ist doch gar nichts. Äh, doch! Da! Äh, denkst du immer noch, dass da nichts ist? Wir müssen die, äh, die, äh, Pakete jetzt ordentlich verschnüren. Also so ein Paket nehmen und dann... Ich hab schon lange eins. Nee, und das sicherstellen. Irgendwo auf erhöhter Position. Ich würde hier hinten sagen. Ich würd sagen hier. Wo? Hier oben. Dort oben? Ja, dort oben. Sieht auch gut aus. Oh, weißt du, wer da kommt? Welche Freunde? Wo rennst du hin? Ganz hoch, natürlich. Ganz hoch? Okay, gut, äh, dann ganz hoch. Aber da müssen wir noch mal kurz zu rennen, zurückrennen und die nächsten Taschen holen. Weiß ich. Wollen wir's hier einfach hin tun? Ja, ich, ich, ich... Ja, von hinten könntest du auch kommen. Ich hab's doch drüben hingeschmissen. Schmeißt du auch dorthin. Ich hol's schon die nächsten. So, unser Team, unser KI. Ja, wir haben jetzt hier KI. Ja, der ist natürlich rausgekommen, weil ich noch rausgeschmissen hatte. Oh, aber jetzt haben wir einen neuen. Jetzt ist der KI-Gegner weg. So, dann schaffen wir das so ganz easy. Ja, fight a little more. So, dann tritt er erstmal kurz bei. Chaka. Los. Und jetzt schafft man das. Das geht relativ schnell bei Payday, muss man sagen. Ja, das müssen Payday zugute halten, das machen sie gut. Das funktioniert. Wenigstens etwas, ne? Ich weiß zwar nicht, warum man da das Spiel unterbrechen muss, aber... Ja, doch. Ist bei... Ist bei COD auch, ist es bis jetzt immer gewesen. Ist bei COD? Ja, wenn da ein neuer Host... Also wenn der Host gelieft ist, ist da... Neuer Host... Ah! Obwohl, ne, stimmt. Da war ein neuer Host. Da war... Da ging's um Host Migration. Ne, doch, ich verstehe grad auch nicht, warum man bei einfach reinscheunen unterbrechen muss. Naja, aber... Wenigstens geht's schnell. Ja. Äh, unten liegt noch ne Tasche. Äh, ich hab auch... Ich hab auch gehört, dass die Bullen das dann auch später mal klauen. Also die, die... Ja, die klauen alles. Die klauen noch Bilder. Weißt du noch das Bild, was ich damals sichergestellt hatte schonmal? Ah, da... Da hab ich rausgerannt. Da kann... Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, äh... Dass das auch geklaut wurde. Aber... Wenn du saßt, dann... Vertau ich dir an. Ah, ihr... Das war aber jetzt alles. Oh, verdammt. Ja, ich... Ich hab die letzte Tasche. Beim Meuern, ich werd gleich zur... Zerschossen, vermute ich mal. Ich... Ich bin verletzt. Äh, da liegt aber trotzdem noch eine Tasche unten, ne? Wo denn? Ach hier. Die nehm ich jetzt. Also ich bin oben und bin fast tot. Hat einer Med-Kit mit. Ne. Andra. Ne. Wir haben Stolperminen mit. Scheiße, ey. Das hätte jemand Med-Kit mit... mitnehmen sollen. Das wär... Ganz schön schlau gewesen. Aber naja, wir wussten ja nicht, was die anderen so mit haben. Na, wir hätten schon mal gucken können. So. Einer ist es noch. Ja. Boah, Alter. So, ja, der hat die. Okay, alle Taschen sind oben. Kommt hoch. Wir müssen das ordentlich verteidigen. Also, ganz ehrlich, es hat auch niemand Magazine mit, oder? Ähm... Was schafft es? Guck's weg. Das Rue ist Level... Level... Level 45. Ach so, wir sollen das hier hoch schaffen sogar. Ist ja geil. Ist ja praktisch. Hä? Wohin? Hier. Zwei... Zwei Meter. Hier hin. Da rein sollen wir das schaffen, Marian. Ach, da runter. Da runter. Nein. Hier hoch schon, aber auf das Dach ja noch drauf. Nee, da runter werfen du, Bob. Oh. Na, ich weiß ja nicht, Marian. So. So, das nehme ich noch auf. Ah, da ist noch eine. Alter, das ist ja... Alter, Leute. Äh, ich hole dich hoch. Ah, ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Danke. Okay, das war's, ja? Flucht ist möglich. Äh, wohin müssen wir jetzt? Ich weiß es leider nicht. Ich krieg den heißen Empfang, geht in Deckung. Äh? 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 Ach, da unten. Müssen wir da runter, oder... Oder ist es der heiße Empfang? Ja, doch. Also, der Typ rennt hin. Das könnte... Was heißen? Ah, da. Der rote. Der rote Van. Hä? Wie, 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 wie kommt man denn rein? Ich glaube, wir müssen nur alle da sein. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen alle nur dran stehen, ja gut. Boah, das ist echt alles easy, ne? Zu viert. Na ja, das war jetzt nicht so die Herausforderung. Aber es hat doch nichts mit Payday zu tun, so richtig. War es natürlich. Wir haben Koks geklaut. Wir haben Koks geklaut. Ey, das war total das, äh, ja, Verbrechen, ne? Wie viel heißt das hier? Guck mal, aber jetzt ist ja erstmal Tag 2. Oh, Tag 2 heißt Bootslatung. Mhm. Das heißt doch nicht geplantes Verbrechen, nee. Wie heißt denn das? Scheiß ich kurz. Das heißt bereit klicken. Ja, sorry. Der andere ist aber auch nicht bereit. Hier, aber auf mich rumlosern. Das ist egal. Kann, da kann ich ja nichts dran ändern, aber an dir kann ich was ändern. Nee, kannst du nicht. Du musst mich nie was ändern. Ja, mach doch. Mach doch. Komm schon. Dann wirst du geflamed. Was machen die ganzen Taschen hier? Ja, aufsammeln. Das ist das Koks. Und fortbringen. Wie geht die hier so rum? Ja, das ist unser Fluchtwagen. Jetzt müssen wir das irgendwie, äh, in den Hafen hier bringen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mehr Ego, äh, Quatsch, äh, Third-Person-Shooter mag? Echt? Mhm. Und du spielst Battlefields, naja. Das ist urzählig, verwirrend. Na, ich habe ja nicht gesagt, dass ich es nicht leiten kann, aber ich habe gesagt, mehr mag ich eigentlich Third-Person-Shooter. Aber es gibt gar nicht so viele, oder? Gibt's so viele? Darum bin ich auch großer GTA-Fan. Ah, ich finde das Person komisch. Der Ernst ist nicht so seltsam. Also... Warum? Naja, weil du hast ja noch so einen riesen Mann dazwischen, zwischen der Kamera. Was verwirrt denn? Wieso? Du siehst genau, wo du hinlaufen musst. Ja, und du kannst um Ecken cheaten. Das ist auch nicht so schön. Was ist daran nicht schön? Naja, das ist unfair. Naja, das kannst du auch nicht so um Ecken und alles schauen und... Und was ist das andere Grüne hier? Was ist denn das hier? Ach, Munition! Ah! Ist ein kleines Munitionsbäckel innen drin. Ich glaube, wir sollten hier drin uns verharren, ne? Und nicht draußen zwischen den Containern rumlaufen. Hä, warum liegt das dort oben? Müssen wir das hoch schaffen? Wahrscheinlich tut das Wissen. Wahrscheinlich tut das Wissen. Wahrscheinlich tut das Wissen. Wahrscheinlich schon, weil... Deiner macht das. Die haben sicherlich mehr Erfahrung als wir. Also... Einfach mal... Einfach mal mitmachen, der wird schon wissen, was er macht. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Oder er macht das einfach nur als Fun. Kann ja auch sein, ne? Oh, hinten kommt noch niemand. Das wundert mich. Okay. We ride back. Ja, der ist jetzt weg. Ciao. Ja, der ist jetzt weg. Äh... Bleib dein Leben, bis das Sohreboot da ist. Okay, gut. Das Sohreboot. Ja, ist okay Ding. Ja, will ich auch sagen, ne? Ist da alles kein Problem, bis jetzt. Ist aber auch wieder eine normale Mission, ne? Also ist ja jetzt nicht besonders schwer. Ich hasse das blödige Baller die ganze Zeit. Mensch, das sollte ein bisschen mit Stealth hier gehen. Ja, hast du ja gesehen, wie das letzte Mission State funktioniert hat. Das funktioniert auch nur mit vier Leuten. Aber du kannst es nicht machen mit denen... Nicht mit... Vier Leuten, mit denen du dich nicht unterhalten kannst allen. Und das alles koordiniert. Funktioniert. Ah, jetzt kommen sie von draußen. Also von hinten. Okay, okay. Ich wechsle mal Piste hier. Das müsste eigentlich auch gehen. Das müsste eigentlich auch gehen. Michael, ich glaube, das ist gar nicht so eine gute Idee, einfach außen stehen zu bleiben. Sie reinkommen zu lassen, ist glaube ich echt günstiger. Aber die kommen ja doch nur die Treppe hoch. Ja, da kannst du auch direkt an der Tür abfangen, theoretisch. Ja, könnte ich machen. So. Oh, der Rattlesnake. So aus Level Null. Ja, das ist ja der Typ, wo ich was ich gesagt habe. Der macht das jetzt wahrscheinlich alles zum ersten Mal. Der hat auch keinen Plan. So wie wir. Obwohl wir schon jetzt Level 4 sind, unter so. Ne, 6 super. Ist nicht mal noch gesagt 6? Ja, wir sind Level 6. Ja, ich kann mir das auch nicht so richtig merken. Ich bin doch okay. Warte, Genie jetzt. Und zählen kann ich erst recht nicht. Hm. Och, bleibt beim Leben. Ey, wie lang sollte das jetzt noch dauern? Äh, wie schlecht ist das? Ein ganz normaler Tag eines Verbrechen. Oh, Alter, jetzt kommen auch gerade schon. Ganz ehrlich, wie schlecht ist denn das allgemein geplant? Von, äh, den Typen. Warum könnt ihr das nicht ordentlich planen, dass das Boot dann da ist, zur rechten Zeit? Hä? Das ist doch echt so beschissen geplant insgesamt. Hm, Dock 9. Hier ist Dock 8. Ah, da kommt's schon. Da ist es da. Hä, wo? Das fährt grad vor. Echt? Okay, dann... Schnapp mal schon mal ne, äh, ne Tasche. Bei allem, wir können die Mission nicht beenden, wenn der Typ nicht da ist, ne? Welcher Typ? Obwohl, wer noch stirbt ist, alles gut. Naja, der, der wird schon wissen, wie lang das dauert, circa. Ja, du musst die, musst es aufs Boot werfen. Ja, ansonsten haaren wir halt noch ein bisschen aus. Aber ist auch cool, wie gechillt er einfach bleibt und sagt, ja, bis gleich. Bin da wieder da. Alles gut. Äh, hat er eigentlich Deutsch geschrieben oder Englisch? Ähm, BRB hat er geschrieben. Wow. Also das Boot hört auf immer ab. Was? Das Boot ist auf immer weggefahren. Ah, das, der Rest kommt wahrscheinlich mit Nubschrauben oder so. Ja, na klar, was denn sonst, ne? Ja. Oh. Oh verdammt. Der Typ. Oh. Jemand hätte ihn... Überlebst du den bitte mal wieder? Äh, ja, ich renne hoch. Ich mach die Polizei. Ne, der, der Rattlesnake macht das schon. Fuck, die ganze Halle ist voll. Scheiße, Leute. Der stand hinter dir, Mario. Der stand hinter dir. Hinter wie? Der ist die Treppe hochgekrannt. Alter. Scheiße, Matkit liegt unten, ne? Ah, scheiße, da ist... Und das Grüne, das ist kein Matkit, das ist Munition. Ne, das ist daneben. Fuck. Ah. Scheiße. Hab ich. Das ist noch einer. Da kommt noch einer. Wie lange hast du noch? Okay, ich mach dich. Rattlesnake macht mir. Okay, gut, dann... Denk ich euch lieber mal. Da. Okay, gut. Alter, ich bin gleich da unten. Ich weiß. Fuck. Da unten steh... Ah, heilige Scheiße, jetzt bin ich da unten. Wo bist denn du? Ach, hier bist du. Scheiße, ich seh kaum noch was. Ich halt einfach rein, scheiße. Oh, Dankeschön. Äh, hier steht einfach einer neben uns, Marion. Fuck, ich hab noch sechs Schuss. Das ist gut. Danke, mich wäre es.